Suchst du was? Nein, ich suche nichts. Ich wollte dir helfen. Das ist doch keine Arbeit für dich. Warum soll ich sowas nicht auch tun können? Hast du dir neues Zeug bei, dreckig? Na, und? Gib mir mal einen Spaten. Nein. Warum nicht? Zieh du doch mal hier oben, guck zu. So was dummes, Edelbert. Ich bin doch sowieso gleich fertig. War nur ein bisschen verstopft. Na, dann lass mich wenigstens den Rest machen. So ein Unsinn, Edelbert. Gibst du mir jetzt den Spaten? Nein. Dann werde ich dir eben ohne Spaten helfen. Dein Anzug, Edelbert. Lass meinen Anzug. Wenn einer mal was Falsches getan hat und es einsieht, dass es falsch war, warum straft ihr ihn dann noch? Warum lasst ihr ihn dann nicht mehr mit dabei sein? Ich will nicht mehr allein sein. Hier, ich will helfen. Na, ich habe keine Angst vor Schmutz. Ich will nicht mehr allein sein. Edelbert. Aber Edelbert. Edelbert. Vielen Dank.